Ja, es ist ein ganz klares Commitment von mir zu Borussia Dortmund, weil ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich möchte hier Titel gewinnen, das ist klar. Ich fühle mich hier extrem wohl. Ich finde, wir haben eine super Mannschaft zusammen mit Riesenqualität und ich will einfach Teil davon sein, die nächsten Jahre hart zu arbeiten und dahin zu kommen, wo wir alle wollen. Ja, es ist ein ganz klares Commitment von mir zu Borussia Dortmund, weil ich hier, wie schon gesagt, mich sehr, sehr wohl fühle und die nächsten Jahre einfach daran arbeiten möchte, dass wir alle dahin kommen, wo wir wollen. Ich finde, wir müssen hart an uns arbeiten, ganz klar. Ich möchte hier Titel gewinnen, das ist klar. Wir haben das Potenzial dazu und wir wollen einfach wieder dahin kommen, wo wir alle als Spieler und als Verein auch hingehören. Zeit-Dirmen. ZITEL 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 Vielen Dank.